ich heiße euch herzlich willkommen zum dieswöchigen einteiler 2,5.5 fuck you ich habe nämlich ein anderes spiel aufgenommen habe die letzten zwei tage versucht zu rendern das wollte absolut nicht ich renne das für gefühlt acht stunden ich denke okay dauert wahrscheinlich ein bisschen länger weil keine ahmen warum kann er sein jetzt irgendwas mit den teilen nicht stimmt dann crash das und wenn ich es nochmal machen dann crash nochmal und wenn ich es nochmal crash nochmal und dann denke ich mir fuck you ich bin angepisst mache heute kein video und jetzt habe ich das mal andere spiele aufgenommen ich bin gerade dabei ich bin gerade in der vergangenheit zukunft kennt ihr mich genau da bin ich gerade weil für mich ist in der zukunft für euch ist es gerade erschienen fuck you ihr wisst was ich meine okay wir nehmen heute the bunker auf ist ein horrorspiel das version 16 rauskommen ist extrem viele preise bekommen hat ich damals eigentlich schon als einteiler machen wollte aber ich habe es irgendwie nie wirklich hinbekommen weil immer ein anderes spiel rauskommen was ich als einteiler machen wollte es geht circa zwei stunden und ist ein real life horror game ist ein echte schauspieler drin und ich glaube es ist so ein bisschen eine interaktive story also so ein bisschen walking dead mädchen eigentlich nur ein paar sachen auswählt und sonst einfach nur der story folgt und ich dachte mir das ist perfekt um als einteiler gespielt zu werden weil das will ich nicht in parts unterteilen weil es atmosphärisch sehr geil sein soll und das heißt wir freuen uns jetzt auf dieses real life horror game und starten direkt und wir am besten holen euch jetzt was zu trinken weil es wird sehr lange gehen wir werden sehr viel spaß haben groß noch ein mini schluck oder übrig dritter juli 1986 rghj geheimer nuklearbunker in england okay 58 bewohner vom militär okay ich weiß nicht ob es eine geburt ist oder der verletzt ist sieht nach geburt aus die sehr fett oder schwanger ich schätze eher fett ist wahrscheinlicher die ist definitiv nicht schwanger schluck also kopf okay während des kriegs ist das Oh, wir sollen atmen, das krieg ich hin. Das ist gruselig hochauflösend gewesen, sah gruselig aus. Ok, Nuklearkrieg, 1986, ja jetzt sind es 59 Bewohner. Wie gesagt, storymäßig habe ich keine Ahnung worum es geht, ich weiß nur, es spielt in dem Bunker, was man sich denken kann am Namen, es ist sehr laut. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht, wie gruselig das werden wird, soll aber sehr atmosphärisch werden, was ich cool finde. Da folge ich mich drauf, ich hoffe ihr auch. Ich gehe mal stark davon aus, wir sind das Baby. Ja, 30 Jahre später, Tag 10.998, das ist also ein ganzes Leben drin verbracht, das ist aber spannend. Kann ich irgendwas machen? Ich glaube es sind Überwachungskameras oder so. Ich kann das Spiel auf dem Controller spielen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ok, dann ist die Steuerung sehr langsam. Ich glaube es ist ein Spiel, es geht definitiv auf dem Controller, vielleicht soll ich das sogar machen. Oh, das ist unsere Mutter. Oh, das ist unsere Mutter. Das ist Kale, das ist das, was ich. Wie soll ich hier sein? Das ist das, gut, dass ich hier sein kann. Das ist ganz süß gemacht. Okay, aber das ist viel zu langsam im Controller. Sorry, ich muss wirklich die Maus nehmen. Uns kann ich's überhaupt nicht bewegen. Wir sollen unserer Mom was vorlesen. Bibel wäre ein bisschen unpassend, glaube ich. Und Anweisung auch. Ich bin behinder in der Trunk. Ich muss ihn sehen. Ich liebe dich, Joey. Ich werde hier sein. Ich bleibe dich sicher. Ich bleibe dich sicher. Nein. Nein. Das ist voll schade. Das fängt gerade alles an, das ist voll schade. Gut, das ist ein glücklicher Einstieg. Gut, wir haben von unserer Mutter gesagt bekommen, wir sollen niemals den Bunker verlassen. Und solange wir im Bunker drinbleiben, sind wir sicher. Wir sind halt seit 30 Jahren nur hier drin gewesen. Und da wird keine Ahnung, was draußen überhaupt los ist wahrscheinlich. Ob da noch Krieg ist, ob was da los ist. Die Routine. Okay, Vitamine nehmen, Radio checken, die Verstrahlung checken, Essen, Mutter. Okay, fangen wir ein mit Schritt 1. Die Routine. Tag 11109. Okay. Soll wir es in unsere Medizin nehmen, schätze ich. Kann ich ans Radio, kann ich es hören? Mom said I have to keep my vitamin B levels up. Okay. Ist ziemlich cool gemacht von der Art her, finde ich. Das sind alle so gefilmte Sachen, die man nacheinander machen muss. Okay. Wahrscheinlich kannst du das mit dem Ding checken, oder? Was machst du da gerade? Hier muss ich gedrückt halten, okay. Radiation ist nur über 70 mR. Das ist akzeptabel. Was haben wir da gerade gemacht? Ich bin mir nicht sicher, was wir gerade gemacht haben. Das ist ja auch wie eine Spritze. Ich dachte mir kurz, wir wollen unser Auge reinstechen. Das haben wir aber nicht getan. Alles ist okay. Alle ruhig bleiben. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Okay. So ein Radio checken. Wahrscheinlich, ob irgendwo jemand draußen lebt, oder? Okay, ich stehe mal stark davon aus, wir werden hier nichts hören. Ich kann ein bisschen rechts und links drehen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Okay. Das klingt nach nichts. Wahrscheinlich soll man einfach jeden Tag das Radio checken, ob irgendwann, irgendwann, irgendwo jemand irgendwas sagt. Okay. Die Strahlung draußen checken. Also ich schätze mal draußen. 11.199 Tage. Ein Überlebender. Ja, wir sollen... Ach, im Bunker selbst sollen wir alles checken, okay? Okay, alles ist okay. Sehr gut. Wir sind der einzige Überlebende da drin. Was ist mit den anderen 57 passiert? Ich meine, unsere Mutter ist wahrscheinlich einfach vom Alter gestorben. Sah zumindest halbwegs so aus. Oder woran auch immer, Fläche von der Krankheit. Okay, jetzt sollen wir... Ich weiß nicht, ob wir jetzt was essen sollen, ob wir checken, ob noch Essen da ist. Oh Gott. Das sieht aber... Das sieht alles sehr lecker aus. Pee und Karraten, ich glaube. Also das macht 27 Jahre. 3 Monate und 14 Tage mehr Essen. Bist du auf dem Klo, während du isst? Ich meine, es ist effizient. Aber hey. Ich weiß nicht, warum du währenddessen... Naja. Jedem das, was ihm gefällt, schätze ich. Wahrscheinlich ist das so dein Fetisch. Mach halt, wenn du willst. Mutter checken ist nicht so die beste Idee. Oder wollen wir sie vielleicht... Beerdigen. Oder so. Ich meine, wo sollen sie beerdigen? Können kaum irgendwas machen. Das sieht übrigens sehr gruselig aus. Wie ihre Augen schon so eingefallen sind. Wie lange liegt sie da schon? Zehn Tage circa, glaube ich, ne? Das sieht gruselig aus. Nicht ein großartiges Schild. Aber ich habe nie wirklich fliege Blätter gesehen. Ich bin nicht sehr gut an Schildern. Sie liebte es, wenn ich sie liegte. Können wir in der Bibel irgendwas machen? Kast dein Brot auf die Wörter. Wenn du in der Nacht und du sie wieder findest. Wirklich? In der Bedeutung zu sieben und auch zu acht. Es ist irgendwie ganz gut gemacht, wie der Schauspieler auch wirklich ein bisschen so schauspiel, als ob er ein bisschen zurückgeblieben wäre. Weil er halt einfach sein ganzes Leben ein Greisgelagen in diesem Bunker war, nur mit seiner Mutter. Und deswegen wahrscheinlich halt einfach ein bisschen anders drauf ist. Und es ist irgendwie ganz niedlich gemacht. Ich finde ihn jetzt schon super sympathisch. Fuck. Nächster Tag. Ich weiß wirklich nicht, in welche Richtung es geht. Ob es jetzt irgendwelche Monster hier gibt oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Die Routine. Nächster Tag. Jetzt fühlst du das jeden Tag aufschreiben. Wahrscheinlich haben wir da 11.000 Zettel rumliegen. Oder 10.000. Wahrscheinlich die ersten 1.000 Jahre, wo kaum was geschrieben haben. Ach nee, du guckst ja nur durch. Ich dachte, da wäre irgendwas. Funktioniert das? Sowas in der Richtung? Dass wir einfach durch sowas durchgucken, dadurch dann irgendwie die... Okay, das ist ein bisschen oben. Wahrscheinlich geht es hoch und runter die ganze Zeit, oder? Schätze ich mal. Das nächste Radio. Der Klang ein bisschen, als ob das eine Stimme gewesen wäre. Okay, anscheinend nicht. Ja, checken wir wieder das. Eines Tages wird irgendwas davon nicht stimmen, oder? Und dann müssen wir nachschauen, was da los ist. Großartig. Aber bis jetzt ist alles okay. Radiation-Check haben wir gemacht. Essen. Ich habe ein bisschen Angst vor unserer Mutter gleich. 27 Jahre. 3 Monate. Und 13 Tage. Hm, Mensch. Willst du dir wieder was vorlesen? Sie muss doch mittlerweile schon voll am Verwesen sein, Mensch. Ich habe eine Frage. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Was passiert mit einer Leiche? Ähm. In der Umgebung, wo auf keinen Fall irgendwelche Insekten oder irgendwas Madiges und sowas in die Umgebung kommen kann. Verwes die... Wie verwes die dann? Ich meine, auf jeden Fall verwes die in irgendeine Richtung. Also wenn ein Mensch einfach in einem Raum sterben würde, der einfach komplett isoliert ist. Was passiert denn mit der Leiche? Ist eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Schreibt mal einer von euch, der das vielleicht weiß in die Kommentare. Ich habe es noch nie irgendwie gegoogelt oder sowas. Ich habe doch jetzt keine Ahnung. Aber es ist gerade echt eine Sache, die mich gerade interessiert. Ich meine, was wird mit einer Leiche passieren, die einfach... Wo sich einfach nichts irgendwie abbauen kann? Ich meine, irgendwas muss ja passieren. Ich meine, irgendwas muss ja passieren. Ich meine, würde das dann trotzdem nach Verwesung riechen? Wahrscheinlich schon, ja. Müsste es ja. Das sind ja im Prinzip die Bakterien alles da drin. Das ist nicht gut. Aber da es schon 11.000 Tage bis, wird es bestimmt nicht das erste Mal sein, dass die Radiation ein bisschen hochgegangen ist. 11.111 Nicht schlecht. Das würde das einzige Mal sein, in deinem ganzen Leben, obwohl, bei 22.222 Jetzt auch nochmal so zu sein. System Error. Okay, was stimmt nicht? Okay, ich soll eine Sache nach... Was soll ich tun? 233781 oder sowas? Den Schritt soll ich befolgen? Das wird bestimmt in unserem Handbuch drin stehen, was wir da auf dem Nachttisch liegen haben, neben unserer toten Mutter, die seit drei Wochen da ist. Hast du die ganzen Dinger gemacht? Wo ist es? Das müsste eigentlich bei unserem Bett sein. Oh, die Klamotten, die wir tragen, sind so niedlich. Du bist das in Forrest Gump. Ich weiß nicht, was zu tun. Meine Unterklamotten. Mein altes Tag. Heute ist mein Geburtstag und ich habe extra Pfechen gehabt, mein Lieblings. Und es gab eine Klamotten. Mom gave me this book and some pens. Look, here are the colors. Vera sang me a ring of ring of roses. She said she was crying because she is happy. It's my birthday. And then she and PJ and Louis and Mom sang me happy birthday, but not too loud. I blew out the candle. This book is going to be my book about my friends. Das ist voll niedlich. Today I will start a new friend. He would look like this. He will be a soldier because I have a general but I need to be in the army. I've got a block from the map room but I had to hide. Mr. Bishop was there. He nearly saw me. He was shouting. He says I am a waste. I think he is a waste. I will make the soldier and Mr. Churchill and Jonah Vark will tell him to fight, Mr. Bishop. Okay. Ich wollte eigentlich sagen, es bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute, die hier erwähnt werden, wirklich echte Menschen sind, weil oben rechts stand, dass er einen neuen Freund machen will und er wird so aussehen, das ist eine von diesen Figuren. Jetzt wissen wir nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo er das hier geschrieben hat, schon alle Menschen in dem Bunker weg, tot oder was auch immer sind oder ob es die da wirklich gab. Es ist besser als Sardinen, die anderen waren. Das ist so niedlich. Okay, das sind alle Freunde, okay. Sam Soldier General. Das sind alle Freunde. Das heißt aber, oh nein, ich wollte eigentlich, wie soll, zurück nochmal lesen. Weil da waren ein paar Leute erwähnt, die waren nicht da drunter. Also sind anscheinend noch wirklich Menschen in dem Zeitpunkt am Leben gewesen. Oh, okay. Alter, viele Seiten sind das denn noch so scheiße. Okay, wenn das ein Computer aus wann? 80ern glaube ich ist. Make announcement with main... Okay, wir sollen eine Ansage machen, dass es nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das ist unnötig. Fusebox, okay. Fusebox, okay. Okay. Wir sollen einfach eine Sicherung finden und die austauschen. Aber vorher müssen wir erst mal... Find the fusebox level 2. Find the fusebox level 2. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Toy Collection. Nein. Mein Lieblingsspielzeug. Das ist eben unsere Mutter. Aber das sind alles Spielzeuge, die wir schon eingesammelt haben. Wahrscheinlich sind das nur die Sachen, die wir im Spiel einsammeln können. Und das ist unsere Mutter. Und das ist voll niedlich. Der Nebestein ist unser Lieblingsspielzeug. Ich habe ein paar Spiele auf Level 2. Was ist, ich liebe das Spiel jetzt schon. Das ist so unglaublich süß. Es ist nichts in dem ich brauche. Ich meine, bei jedem anderen Spiel würde ich... Fände ich es komisch, wie un... Ich bin nicht sicher, ich kann das machen. Bei jedem anderen Spiel fände man es komisch, wie komisch die Bewegungen alle sind. Aber bei ihm passt das richtig gut, weil er halt so ein bisschen... autistisch zurückgeblieben so ein bisschen wirkt in die Richtung. so ein bisschen weird, so Forrest Gump mäßig. Und es passt so gut. Aber ich würde mich da nicht hinsetzen. Ich würde eigentlich... Kann ich mich umdrehen? Achso, weg. Dann gehen wir mal raus. Das ist voll niedlich. Ich mag ihn. John heißt der, ne? Glaube ich. Ich möchte... Ich glaube echt, wir haben noch nie die ganze Umgebung hier überhaupt mehr erforscht. Oh, oh fuck. Okay. Ich muss gucken. Hast du gerade No gesagt? Brauchst du hier von... Das ist ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ihr den... Wofür ist der? Die Schlüssel. Jetzt muss ich weg. Ah, unsere Mutter uns hätte gesagt, wir sollen niemals... Hätte jetzt gesagt, wir sollen drinnen bleiben. Wahrscheinlich hätte sie damals sogar unser Zimmer, also diese Wohnung hier gemeint. Und nicht mal den Bunker generell. Wie niedlich. Oh Gott. Wie ist das? Was steht da oben? Oh... Great. Oh... Oh... Keine Ahnung. Das ist der Mond, glaube ich. Ich kann nicht lesen, was daneben steht. Süß. Okay. Das ist voll niedlich. Das ist so niedlich gemacht. Ist da drunter noch was? Ah ne, da habe ich hier eben schon Schlüssel rausgeholt. Ich bin doof. Ich dachte, es wäre auch oben gewesen. Kann ich bitte gehen? Okay. Dann gehen wir mal langsam wieder zurück. Oder ist ganz unten vielleicht noch was? Kann ich es auch aufmachen? Hier scheint nichts drin zu sein. Sehr gut. Dann... Gehen wir mal raus. Machen das, was unsere Mutter nicht wollte. Kann ich es nochmal angucken, ob sie... Ne, fuck it. Ich glaube... Das ist so niedlich. Hä? Was fällt der Knopf hier unten? Ach, ich muss runterziehen. Okay. Ich frage mich, ob wir jemals da draußen waren. Waren wir jemals da draußen? Ich glaube schon. Und zwar würden wir nicht wissen, was fucking Stufen sind, oder? Flashbacks. Von? Okay, wir haben hier mal als Kind gespielt. Okay. 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 We carry on, as we are, eight months. But I've gone over it with Dr. Hart. On bare minimum, we might make 14. And bare minimum means? I didn't like to press him, but scurvy rickets. Christ. And then we all just withered away to skin and bone. Maybe I should have just left the hatch open and gone for a nice stroll in the fresh air instead. What do we do? We tell people, everything's all right. It's not all right. One whiff of this and you'll have your throat slit over the last tin of peaches. Is that the way you want to die, Sam? Fighting over scraps? We could just cut your wrist now and the rest of us will split your rations. Chin up, man. It's ten minutes until the next bulletin. Okay, zu dem Zeitpunkt haben wir noch knapp ein Jahr, damit alle Leute genug Essen hätten. Also sind circa zu dem Zeitpunkt wohl alle gestorben, weil er hat ja jetzt die ganzen Ration. Ich frage jetzt halt, was passiert ist. Hm. Aber wir wussten das. Ich schätze mal, wir haben es auch nicht anderen Leuten, oder haben es vielleicht doch anderen Leuten erzählt? Vielleicht irgendwas muss hier passiert sein. Ich finde es aber komisch, dass die wirklich in so einem relativ freien Raum darüber geredet haben. Wenn sie sogar mitbekommen konnten, dass da vielleicht sogar er ist als kleines Kind. Und ein Kind würde es definitiv weitererzählen. Das würde das Geheimnis nicht für sich behalten. Ah, ich muss hier selbst steuern, ne? Hier muss ich wahrscheinlich rein, weil das ist ja Level 2. Sehr passende Bezeichnung. Fürs zweite Level. Okay, man macht ziemlich viel bei Überwachungskameras. Das ist ein Lichtschalter. Flashbacks. Okay, Fusebox müsst ihr finden. Da ist irgendwas? Ich will es mal angucken. Kommunikation von Bunker HQ, Site 3, Corsham, Wiltshire. Der Premierminister hat sicherlich, bevor der Blast zerbricht. Okay, es gab einen Nuklearen. 4.013 Regierungsministerinnen und Zivilgeräte, inklusive Kabinett-Office, Lokale und National-Geräte Agencies, Intelligenz- und Sicherheits-Advisoren logiert in. Shortage notiert in Domestik-Support-Staff. Ich glaube, sie haben es nicht gemacht. Alle Fasilien operieren normalerweise. Checks in Infirmary, Bakery, Laundry, Kitchens, Telefon-Exchange, Storerooms, Office-Space, Lebens-Accommodation, Maintenance-Aeräe und Workshops. How big is that place? Trust me, you get sent to this sardine tin. Prime Minister unsatisfied with living accommodation. Twat. Other. Civilian casualties noted outside bunker. Group of 50 attempted to breach rear exit blast door. Aggressive action not required. Activity ceased after blast. Poor bastards. Okay. Es gibt also mehrere von diesen Bunkern. Und, ähm, die Leute, die halt nicht drin waren, durften natürlich auch nicht rein. Es gab anscheinend echten Nuklear-Anschlag. Entweder ein Anschlag oder irgendwas anderes. Deswegen es eine riesige Explosion gab, wo einfach alle Leute draußen gestorben sind. Es wird Nuklearen schock sein, weil es ja auch um die Radiation draußen geht. Gut. Also es gibt nicht viele Leute, die überlebt haben. Es gibt vielleicht einen anderen Bunker, wo andere Leute noch leben. Ich meine, guck mal, wie... Wer ist dieser scheiß PC? Das ist ein Commodore, Mann. Select option. Regionale Sachen, okay. Letzter Kontakt 89. Ach du Scheiße. 88, 89, 88. Warte, was steht da drunter? Oh, Scheiße. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, was ist die Bezeichnung für die Dinger? Goodbyes, Generator, Fuel ist sehr niedrig. Radiation Breach ist hier rein. Komm, also hier ist die, ähm. Gott. Ich hasse das, wenn ich ein Englisches, wenn man ein Englisches Wort einfach weiß und es die deutsche Übersetzung vergisst. Verstrahlung. Ja. Radiation. Strahlung. Die Strahlung ist zu hoch gewesen hier. Wahrscheinlich sind auch alle gestorben. Okay. Hier gibt es keine frische Luft mehr. Gut. Also anscheinend sind alle anderen gestorben. Das ist nicht gut. Okay. Verschiedene Tode. Carol Elizabeth. Okay. Ich hab mal geguckt, ob vielleicht unsere Mutter dabei wäre oder sowas. Wäre sehr seltsam. Wäre sehr vor ein paar Tagen gestorben. Hm. Okay. Sachen, die ich vermisse. Eier und Chips. Äh. Baden können. Mein Bett. Warme Sonne auf meinem Nacken. Gras. Schokolade. Natalie. Sachen, die ich hasse. Sardinen. Den Geruch von diesem Bunker. Und Level 5. Irgendwann scheinen Level 5 zu sein, was die Personen hier drin nicht mochten. Wo ist eigentlich? Dann gehen wir mal nach hinten durch. Hier gibt es wahrscheinlich nichts mehr. Ne. Hier gibt es nichts mehr. Okay. Also wir waren hier anscheinend wirklich schon sehr oft. Wir kennen den ganzen Bunker wahrscheinlich. Aber was ist hier in dem Bunker drin, wovor wir Angst haben? Okay. Wo geht es lang? Da sind zwei Türen. Hier ist was zum Anschauen. Radiation Warning Map. Okay. Alles scheint in Ordnung zu sein. Kann ich dahin, kann ich lang und hier kann ich rein. Ich guck es mal hier. Ich hab hier müssen sogar rein, oder? Das war doch der Raum. Flashbacks. Mit dem größten Respekt, Sir. Wir waren alle Nacht. Es waren 10 Minuten. seitdem ich hatte Behrer's face. Aber ist es radiation? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Es ist unter 10 Tonnen von Radioaktiv-Rubbel. Und ich muss mit einem Microscope machen. Es ist okay, George. Wir werden einige Tests testen, Herr Bishop. Ist jemand noch etwas zeigen? Ja. Ja, sechs andere. Quarantäne sie. Right away. Mom? Es ist okay, Camilla. Was ist das Problem? Ich kann nicht schlafen. Es ist okay. Du weißt, wenn du in deinem Raum stehst, dann wirst du sicher sein. Aber du bist ein bisschen weg. Okay. Unsere Mutter hat also mit den Doktoren dort zusammengearbeitet. Ich mag es hier nicht. Das glaube ich dir. Okay, mehrere Leute waren krank geworden da drin. Wir wissen nicht genau, was es ist. Es könnte sein, dass es durch die Strahlung kam. Ja, der ist leer. Ja, der ist leer. Das ist korrekt. Okay, dieser Bishop scheint der Boss hier gewesen zu sein. Ich mag es hier nicht. Das hast du eben schon gesagt. Okay. Attention. Die Hauptkraft ist jetzt um die Verwaltungsmöglichkeit gewechselt. Ich meine es stand drauf, dass wir es machen sollen. Also, hey. Okay. Neue Leute hier drin. Und wer was macht. Okay. Okay. Useless. Bei mir. Okay. Also, wer welchen Job hat. Wer ja. Wer hier lebt. Als möglicher. Kann ich irgendwas machen. Okay. Okay. Irgendwas ist korrodiert, weil es mit irgendwas anderem Kontakt war und die wussten nicht, wie sie es abdichten sollen. Es ist so nah, ich muss ein bisschen nach hinten gehen, wenn ich überhaupt lesen kann. Es scheint rein kein großes Problem gewesen zu sein. Oh. Und sie hatten eine Sorge gehabt. Das war hier. Okay. Sie konnten sich nicht erlauben, das weiter abzudichten. Und wollten deswegen einfach eine weitere, irgendwas weiteres dahin bauen, damit sie eine Warnung hätten, falls die Strahlung durch dieses kleine Leck durchkommt. Hm. Okay. Und die sagen, es könnte einfach nur, ähm, fehlerhafte Warnung sein. Gott save the Queen am Ende. Und es könnte nichts mit der Strahlung zu tun haben, deswegen sollen sich die Leute keine Sorgen machen. Anscheinend war es doch die Strahlung, weil es hier nicht so gut ausging. Man weiß ja gar nicht, ob es dort in der Strahlung liegt, dass die Leute hier gestorben sind. Okay. Das glaube ich dir. Was ist das hier? Aha. Erwahrungsbildschirme. Großartig. Die mach ich wieder aus. Nicht so viel Strom verschwenden, wenn es möglich ist. Ich weiß, ob wir einen Generator nach draußen haben oder sowas. Kommisch. Kommisch. Schonder. Sehr schön geschrieben. No one likes this one. Niemand mag den hier. Ich habe anscheinend einen übersehen. Ich weiß nicht wo. Ich kann vielleicht schon mal den gucken. Aber anscheinend liegen über diese Poppen rum. Okay. Gehen wir mal den Raum daneben. Okay. Ah, hier ist noch eine Poppe. Doktor. Der Doktor. Schaut sich die ganzen verletzten Soldaten an. Okay. Süß. A.B. welcomes. C.B. asks clarification purpose of meeting. A.B. puts forward petition from 18 residents, keen to institute post of morale officer. It is felt that C.B. is not forthcoming enough in communicating current status of Bunker to residents. C.B. makes point that any urgent change in status will be communicated very clearly to all residents when it becomes relevant. In his view, no need for a new position. A.B. cites two safety incidents and asks committee if they were aware. All but F.H., D.M., S.C. are unaware of said incidents. C.B. says neither incident is cause for immediate concern. No need to raise panic in difficult atmosphere. Calls on F.H. to clarify incidents. F.H. agrees not of immediate concern. A.B. raises point that lack of trust in Bunker hierarchy is causing morale issues. More clarity and openness needed. C.B. reiterates appointed hierarchy and his belief that no need for additional officer. If any critical incident comes to light, all will be made aware. Requests send to meeting has urgent business to attend to. A.B. calls for vote on appointment of morale officer. C.B. says vote will be ignored. Not a democracy. Meeting ended. C.B.: Okay. C.B.: Es gab hier ein Treffen zwischen allen Leuten, die was zu sagen haben. C.B.: Und eine Person hat erwähnt, dass es anscheinend ein Sicherheitsproblem gibt. C.B.: Als die anderen Leute aber gefragt haben, was dieses Problem ist, haben sie ja gesagt, dass die Leute nichts anzugehen hat, weil es keinen Grund hat, die Leute in Panik zu versetzen. C.B.: Und als sie nachgefragt haben, warum sie denen nicht trotzdem erzählen, was los ist, weil es ja besser für die Moral der Gruppe wäre, wenn einfach alle Leute wissen, was los ist, haben die ja schon geantwortet, dass sie keine Demokratie ist und es nicht notwendig ist, den Leuten zu erzählen, was abgeht. C.B.: Es gab ein Problem. C.B.: Okay. C.B.: Da haben sie versucht schon mal auszurechnen, was passieren würde. C.B.: Ah, hier geht's auch nochmal drum. C.B.: Okay. C.B.: Okay. C.B.: Hier geht's um, ähm, den Wert. C.B.: Okay. C.B.: 0-75 ist nicht schlimm. C.B.: 75-150, leichte Kopfschmerzen. C.B.: 150-250, Kopfschmerzen und Übelkeit innerhalb 24 Stunden. C.B.: Okay. C.B.: Manche sterben davon. C.B.: 52-53. C.B.: Okay. C.B.: Zwei Tage bis zwei Wochen passiert nichts. C.B.: Und nach zwei, nach zwei bis vier Wochen sterben manche Leute. C.B.: Okay. C.B.: Bei 350 bis 600 sterben sehr viele Leute nach zwei bis vier Wochen. C.B.: Okay. C.B.: Und über 600 stirbt eigentlich jeder innerhalb von einer Woche. C.B.: Gut. C.B.: I'm not sure. C.B.: It's radiation. C.B.: Then why is he trying to hide it? C.B.: Why? C.B.: Am I on the right medicine? C.B.: What could be done? C.B.: Why won't he say? C.B.: George has been distracted lately. C.B.: Maybe he's just trying not to upset everyone. C.B.: They should be upset. C.B.: They built this place in six weeks. C.B.: Six weeks. C.B.: How can anyone expect it to be safe? C.B.: There must be a leak. C.B.: There must be. C.B.: Mr. Bishop says that it's- C.B.: I know what he says. C.B.: He doesn't want everyone to panic. C.B.: Silly old Vera having another one of her turn- C.B.: There must be a leak. C.B.: Look. C.B.: Look. C.B.: Here. C.B.: More blood. C.B.: I'm not being silly. C.B.: I'm not. C.B.: It's not just me, Flynn. C.B.: If there's a leak, C.B.: It's all of us. C.B.: There should be a Sicherung-Kasten to be. C.B.: Okay. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Ja. Willst du sicher das Licht ausmachen? Ich glaube, es ist keine gute Idee. Willst du mich sofort wieder in den Dunkeln, ne? Okay, was müssen wir hier drin jetzt machen? Du? Okay, erstmal sollen wir das Ersatzding finden. Können wir drin schon mal irgendwas anderes machen? Ich sollte das Ersatzding finden, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Der Ersatzding ist nicht hier. Ist hier was drin? Das sieht nicht gut aus. Nein, hier scheint absolut nichts drin zu sein. Okay. Oh, ist quietschen. Gut, dann du. Ach, alte Schallplatten. Okay, warum sind die da drin? Egal. Äh, unten ist nichts. Hä? Okay, da muss irgendwas drin sein. Oder ist der Gegend schon woanders? Ich meine, ich soll erstmal den Strom ausschalten. Was steht denn da drauf? Das wackelt zu sehr. Das ist nervig. Oder ist hier drin doch der Schalter? Ja, ich weiß. Du bist sehr fasziniert von dieser Technik. Ach, hier. Okay. Gut, das hätte ich mir vielleicht denken können. Hier ist der Replacement. Ich habe bestimmt mir jetzt nicht gerade zwei Minuten gesucht danach oder so. Aber wenn du das Replacement denkst, heißt, wir können erstmal das Ding hier ausschalten. Das ist gut. Warum ist das alles so gruselig? Hey, gescheiße. Wie siehst du überhaupt irgendwas, Mann? Bist du kaputt? Und dann scheint es in Ordnung zu sein. Du? Sieht ziemlich kacke aus. Die Szenen eben hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil die wirkte sehr komisch. Okay, ich hoffe, ich habe Angst, dass irgendwas hinter uns stehen könnte oder so. Das war sehr weird mit dem Licht. Kannst du bitte in deinem Zimmer bleiben, für immer. Ich glaube, da geht es dir besser. So, jetzt gehen wir bitte. Vielen Dank. Oh, das haben wir glaube ich vorhin gar nicht gesehen. Dann. Okay, also niemand weiß wirklich wer überhaupt noch am Leben ist oder wer wo ist. Ich frage es jetzt auch, ob es jetzt weltweit, ob weltweit alle Leute betroffen sind oder ob es nur in Großbritannien ist. Aber ich meine, es scheinen nur so ein paar hundert Leute, ich weiß nicht wie viele Bunker es gibt, welches Geräusch? Kannst du bitte gehen? Ich höre nämlich kein Geräusch, bitte dreh nicht durch. Bitte schließen Sie die Tür ab, vielen Dank. Okay. Bitte, 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 bitte. Stimmt, wir wollen ja auf keinen Fall wieder weggehen müssen, ne? Wir sind, guck einfach nach. Nein, nein, nein. Ja, genau. Nein. Okay, das ist nicht gut. Wo kriegen wir die her? War hier drin einer? Okay, einen Antiverstrahlungsanzug oder sowas brauchen wir wahrscheinlich. Okay, die Frage ist, ist der hier drin? Oder kann der auch unten irgendwo sein? Wir dürfen nicht zum Level vorgehen, das ist gut, okay. Achso, so rum. Okay. Wir waren Level 1, das war ganz oben, ne? Geht so von oben nach unten. Umso weiter runter, umso schlimmer also, anscheinend. Großartig. Aber die Belüftung in Level 4 ist kaputt. Und die müssen wir reparieren. Kann ich weiter runter gehen? Weil, ah ja, kann ich. Großartig. Irgendwas war doch mit Level 3, 4 und 5. Ich glaube, da haben wir vorhin irgendwas gelesen, dass die Leute ein bisschen Angst davor haben. Ah, nicht die Güte. Oh, wir brauchen. Okay. Oh, wir brauchen die Leute. cutie. Oh, wir brauchen das işte. Alles klar. disintegriert? Wir brauchen die Leute zu sein, Ich weiß noch nicht, ob es irgendwas übernatürliches im Spiel gibt oder ob wir einfach nur Angst vor nichts haben. Aber ich hoffe sehr, wir überleben irgendwie. Und das Problem ist halt auch, was soll man denn machen, wenn wir überleben? Ich meine, wir haben noch wie viel? Ich glaube 20 oder 30 Jahre essen? Irgendwas im Ding, der war es? Ich weiß noch. Okay, die Levels sind echt in wirklich ein Level unterteilt. Das ist cool gemacht. Lichtschalter an. Der Kriegsraum. Okay. Achso. Ich glaube, ich müsste nichts machen. Mr. Churchill, es ist ein honor, Sir. So, out with it. What couldn't you tell me yesterday? Es ist noch nicht so, dass ich es nicht. Ich weiß nicht. Es ist nicht die Radiation-Poisonung. Die Wasser ist clean. Die Luft ist clean. Es ist nicht die Essen. Die Luft ist nicht so, dass man nicht mehr so, dass es nicht so ist. Und die Luft ist nicht so, dass man sich nicht mehr so macht. Das existiert, verstehst du mich? Was ist das? Das Kühlungssystem? Ich bin sorry, Herr Bishop. Ich bin... Ich bin nur auf der Seite. Dieses Ort... ... ist voll von Gästen. Ja... Mein mutigster Kämpfer. Ich nenne ihn Rocky. Die sind voll süß. Ich finde so voll niedlich, wie er den Namen von den Figuren sagt. Ich hab diese Blöcke geklaut, um meine Toys zu machen. Ah, die Dinger haben wir geklaut und daraus haben wir unsere... Ah, okay. Okay. Das Ding waren wir unten als Kind. Wir haben diese... Krass ist, wie wir die Blöcke geklaut haben, aber wir hatten trotzdem Angst vor so unglaublich vielen Sachen. Okay, Air Conditioning ist da hinten. Was ist das hier? Waiting Report. 4896 Tote. Könnte ich irgendwas machen? Irgendwo? Nein. 10.000 Tote. Alles tot. Okay. Hier wissen wir nicht, was abgeht. Okay, gut. Scheint sehr, sehr gut zu laufen, ne? Großartig. Also, sie wussten nicht genau, woher diese Krankheit kam oder was es ist. Und sie haben auch nicht wirklich eine Möglichkeit gehabt, dagegen anzukämpfen. Das ist hier. Ist ziemlich cool gemacht mit der aktuellen Zeit und mit den Flashbacks mal abwechseln. Okay, da ist irgendwas drin. Wahrscheinlich nicht, aber... Aha! What? The fuck? Okay, ich habe nie eine Idee, was passiert sein könnte. Jemand mit dem Anzug hat alle Infizierten umgebracht, damit sich die Krankheit nicht weiter spreadet. Und deswegen haben wir Angst vor den Anzügen. Vielleicht haben wir es miterlebt. Und unsere Mutter hat uns einfach in den Raum eingesperrt. Zusammen mit ganz vielen Nahrungsmitteln, damit wir drin für immer überleben können und nicht mehr raus müssen vielleicht. Okay. Okay. Warte, 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 warte. Kann ich uns das vorlesen nochmal dazu, oder wie? Achso, so ist das. Okay, okay, okay. Welche Sicherheitsmaßnahmen man treffen soll, bevor man in den infizierten Bereich geht. Wir haben ihn nicht angezogen, oder? Okay. Haben wir das Ding jetzt schon angezogen? Ich meine, ja. Also wir haben es zumindest dabei. Also stellt sich mal, wie wir... Warum ist jetzt schon wieder Angst davor? Was fehlt denn noch? Wait, what? Das geht nur im Notfall auf, haben wir das nicht mitgenommen? Haben es doch eben mitgenommen. Was sollen wir uns vergessen? Die Maske vielleicht? Ne, Maske haben wir. Das haben wir. Ach hier, das brauchen wir auch noch. Okay. Zum Messen von der Radiation. Brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt, aber ich meine, es ist schon auf dem Zettel. Und wenn es auf dem Zettel steht, müssen wir den Regeln befolgen. Das ist sehr wichtig, weil wir folgen allen Regeln. Und deswegen klauen wir auch keine Holzbausteine oder irgendwie sowas. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was da unten sein könnte. Ich meine, ich gehe mir stark davon aus, hier ist kein anderer Überlebender. Aber hey. Das ist ja krass, wenn wir, wahrscheinlich sind wir der einzige Mensch, der in dieser Zeit geboren wurde und einfach nichts anderes mitbekommen hat. Und einfach nur, dass ihr kennt. Ja. Okay. Einer von denen hat alle umgebracht, entscheidend. Großartig. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Flashbacks. Level 4. Wir wissen ja nicht, wie viele Level es gibt. Vielleicht 5, weil vor 5 haben die... Hat jemand gesagt, dass ich Level 5 nicht mag. Okay, hier ist 7D irgendwas kaputt gegangen. Okay, was müssen wir jetzt hier drin machen? Puh, was ist hier drin? Computer, der wahrscheinlich nicht geht. Eine Lampe. Okay, was zum Lesen. Filtration Unit Check. Day 18th of October 95. 1611. Checked by PJT. My infiltration unit running okay. Cleaned out and replaced filters. Checked back up, just to be sure. Readings are a bit high, but Frank says no need to replace at the moment. Probably just as well. I'm concerned about our stock level of filters for the main unit. We're chewing through them a lot faster than Specs says, due to higher outdoor rent than expected. Frank says he'll have a word with Bishop about stocks and sorting out the backup longer term. PJ. Ja, was man auf lange Sicht macht, ist ein riesiges Problem. Vor allem für uns auch. Ich meine, wir werden halt auch irgendwann einfach verhungern. Wir haben halt einfach keine Möglichkeit, dann irgendwas mehr zu machen. Oh Gott. Ist so laut hier unten, es gefällt mir nicht. Main Pressure Valve. Muss ich hier nochmal was drehen? Oh, ist laut. Hallo, hört ihr mich? Hört. Da muss ich jetzt echt verbrannt. Okay, ich muss irgendwie erstmal loslegen. Ich meine, hier war doch ein Druckding. Warum kann ich da nicht dran rumspielen? Müssen wir irgendwas machen? Vielleicht muss ich erstmal... Hier war aber irgendwas. Hä? Willst du nicht vielleicht hier wieder rumdrehen oder so? Nein. Das können wir vielleicht helfen. Warum geht's hier nicht weiter? Vielleicht links irgendwo? Weil hier noch irgendwas drin, was ich brauche. Kann ich da machen? Ja. Okay. Filter Effektivität 71%. Filter kaputt. Filter ersetzen. Okay. Wir sollen einen anderen Filter finden. Wie kann ich den hier wieder raus? Gar nicht? War doch hier. Okay, was ist hier? Irgendwas Wichtiges drin? Ist hier vielleicht ein Ersatzfilter drin? Aha. Unfallbuch. Accident Report. Date 12th August 92. 1910. Filed by F Hurley. Ran scheduled test of backup filtration unit. Rad levels way too high on output. Over 500 rem. Red lights across the board. I thought it was a Duff Filter. Tried a new one. Same. Sacrificed a Geiger. Stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We've got contaminated dust clogging the lower hex duct. God knows how it got in. Might be a hairline. Or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, reseating and dinghy contaminating the whole thing, it's useless. We have no backup hair filtration system. But I can't see how we can do it. If we don't have a clean space to do this in. The bishop just shrugged pretty much. Keep it quiet, Frank. You're only worried people. Oh, for fuck's sake. What else isn't he telling us? Okay. Die, die Filter haben überhaupt keine Chance gehabt, irgendwie mit, oh hallo, mit dem ganzen Kram klar zu kommen, weil es einfach viel so stark war. Und der Chef hier hat einfach gesagt, sei einfach ruhig. Holab. Versorg einfach nicht für Panik. Engineer. Löst die ganzen Probleme unten in den gruseligen Levels. Okay. Großartig. Neter Kerl, ne? Gut. Problem ist, wo kriegen wir jetzt Ersatzteil her? Ich kann da nicht durch, oder? Oder kannst du versuchen, hier nicht durchzurennen? Ja, ich weiß, deswegen wollte ich auch rechts das Ding erstmal irgendwie umschalten, aber das willst du ja nicht. Oder musst du das, äh, jetzt geht's. Nachdem zweimal versuchst du, durchzulaufen. Großartig. Ah, muss einfach slurken, okay. Oh. Vielen Dank. Okay, jetzt müssen wir irgendwie den Filter austauschen. Frage ist, wo kriegen wir die her? Andere Frage ist, ob der Schutzanzug überhaupt irgendwas bringt, weil wir ja mitbekommen haben, dass die, ähm, Versteuerung anscheinend viel zu stark ist. Was nicht gut ist. Das Ding hier ist ziemlich kaputt, sehe ich gerade. Kann ich jetzt durchlaufen? Da. Okay, aber eigentlich ist da gleich irgendwas gegen springt, oder so. Was machst du da? Was ist das überhaupt? Was ist das? Ach, die Lüfter sind komplett verstrahlt, ja. Großartig. Die sehen sehr gut aus. Überhaupt nicht kaputt. Okay, der scheint in Ordnung zu sein. Und der andere ist kaputt anscheinend. Das finde ich alles nicht so gut, ne? Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Okay, der muss weg. Und schluss mal mit anderen. Ist da vielleicht auch noch? Da ist unser Ding. Wir haben uns zwei. Stimmt, du kannst... Ich würde gerade sagen, du kannst die einfach nur hinlegen. Du musst ja wirklich irgendwo hin... Ah, das ist, das ist... Okay, das ist anscheinend... Kannst du aufmachen mit der Hand? Wirkt so. Der mehr oder weniger Mülleimer, ja? Das Ding ist absolut nicht fucking sicher. Da kommt alles durch, Mann. Und dann... Seriously? Und dann kann ich das nochmal aufmachen? Ja, dankeschön. Ich würde gerade fragen. Und dann fragt ihr euch, warum ihr unten als verseucht ist. Wahrscheinlich, weil das Ding hier nicht so gut abgesichert ist. Just saying. Nein, ich wollte erstmal... Nein, das wollte ich nicht. Jetzt brauche ich das andere Ding. Okay. Von jetzt eigentlich schon das ganze Problem hier verseucht ist oder nicht? Ist doch nicht gut. Ja, das ist richtig. Das musst du jetzt reinmachen. Okay. Problem ist halt, die komplette Umgebung ist halt verstrahlt. Ich schaue euch nur darauf an, wie stark. Und ich glaube, das ist anscheinend nicht so schlimm. Das wirkt nicht so richtig fest. Aber gut. Wenn du meinst... Dann mal sehen, ob es jetzt klappt, meinst du? Oder ob es immer noch alles explodieren will? Wahrscheinlich will ich immer noch alles explodieren. Warum kann ich es wieder nicht draufdrücken? Ich muss erst hochklettern. Ja. Warum gruselige Musik? Du musst einfach nur was drehen. Bitte fall nicht um. Komm, Alter. Bist du doof? Nicht umfallen, Mann. Fuck, was passiert? Ist nicht gut. Großartig. Das hast du echt gut gemacht. Du spaßt ihr. Fucking hell. Ach, die Scheiße. Okay, ähm. Steh auf. Das wäre eine gute Lösung. Nein, du willst nicht aufstehen. Du willst einfach liegen bleiben. Und bleib liegen. Schlaf ruhig. Ist ja eine ziemlich sichere Umgebung an sich, ne? Er kommt. oder? Ich bitte nicht. Habe jetzt den Arm gebrochen? Ich bin jetzt verletzt. Was ist da oben? Einfach hochlaufen, okay. Ich frage mich echt, was uns passiert ist. Aber wenn der Arm gebrochen ist, hast du ein riesiges Problem, weil du wirst sicher nicht wissen, wie du das irgendwie selbst versorgst. Wollt mir nicht unten irgendwas noch aufdrehen, bevor wir umgefallen sind? Oder ist dir jetzt gerade erstmal egal? Du gehst erstmal wieder nach Hause, Kumpel. Vielen Dank. Okay, man muss aber auch bedenken, dass wir im Kopf mehr oder weniger ein Kind sind und komplett verstört gerade sind. Und dann scheint auch etwas Traumatisches mitbekommen haben mit einem Mörder. Was ist passiert? Ich hab's echt nicht gesehen. Sind wir mit dem Arm an einem Metallding irgendwie hängen geblieben oder so? Oh, fuck. Scheiße. Okay, gut, das ist wirklich schlecht. Ist das ein Glassplitter? Ich glaube, das ist ein Glassplitter, den wir uns in den Arm reingerammt haben. Oder irgendeinem... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, müssen sie jetzt echt rausoperieren live? Das ist nicht gut. Ach, das scheiße. Okay, das machen wir jetzt anscheinend. Das wird jetzt das Spaßige, was wir heute unternehmen werden. Großartig. Da hab ich natürlich richtig Bock drauf. Das kannst du nicht rausziehen. Das kannst du nicht einfach rausziehen. Das wird... Fuck. Okay. Machen wir's. Da brauchst du einen Zangen oder so. Ach, das war der Knochen. Oh Gott, wie Idiot. Ich dachte echt, das wäre ein Splitter oder sowas. Nein, wir haben uns den Arm einfach durchgebrochen. Okay, es lieb nicht. Ich dachte eben wirklich, das wäre einfach nur ein Glassplitter oder sowas. Oh Gott. Den Leuten geht's also sehr gut. Fuck, ich dachte, du hast dir grad nicht echt einfach den Knochen wieder reingedrückt, man. So funktioniert das doch nicht. Das wird nicht einfach so wieder zusammenwachsen, oder? Das bist jetzt... Jetzt verstehe ich ja, warum du so Schmerzen hast, man. Das ist halt noch schlimmer. Okay, du hast dir wirklich den Arm gebrochen. Und zwar aufs Übelste und Schlimmste, wie du es dir vorstellen kannst. Und zwar aufs Übelste und Schlimmste und Schlimmste und Schlimmste und Schlimmste und Schlimmste. Und zwar aufs Übelste und Schlimmste und Schlimmste und Schlimmste und Schlimmste und Schlimmste. Und zwar aufs Übelste und Schlimmste und Schlimmste. Und zwar aufs Übelste und Schlimmste und Schlimmste. Aber da haben wir hier einfach ein Gips gebaut? Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was du jetzt tun willst. Ach, wir bauen... Okay, das Ich bin mir nicht sicher, ob das so wirklich verheilt Ach du Scheiße Ach du Scheiße Okay, das wird nicht wirklich funktionieren Der Arm ist ziemlich im Arsch Das verwechst nicht einfach so wieder, oder? Ja, das tut Scheiße wie es, glaube ich dir Und es sieht nicht so gut aus Okay, ich meine, du kannst doch nicht wirklich richtig vergipsen Du musst halt irgendwie eine Schiene bauen Ich bin mir gerade richtig leid Ja, das wird halten Das ist irgendwie voll süß Richtig gutes Timing, Mann Wirklich gutes Timing Strahlungslevel in manchen Gebieten, ja Du musst eigentlich den Scheiß wieder anziehen Ja, wir haben das Ding ja nicht Bunker evakuieren Ja, entschuldigt, das kriegen wir natürlich hin Großartig Großartig Wovon bist du gerade weggerannt? Was war da? Das ist ja aus, bevor du jetzt weggerannt wirst Ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast Ich weiß nicht, was gerade los ist Das ist ganz sehr verwirrend So ein bisschen alttraummäßig Weil einfach sehr viel Scheiß auf einmal passiert Verstrahlung, ja Wo willst du jetzt hin? Vor allem hast du nur einen Arm Nur einen brauchbaren Arm Ich habe es irgendwie gefühlt, wir überleben das nicht Oh, 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 oh Ich war nur exploriert. Oh, John. Ich will die Tür, die sich sofort öffnet haben. Für Christ's sake, Margaret. Schau deinen kleinen Schein in seinen Quarters. Bevor er das falsche Ort öffnet und uns alle getötet wird. Seel die Tür sofort! Infiziert. Irgendeine Krankheit, irgendein Virus, irgendwas. Okay. Und die wollen diese Tür unbedingt abschließen, weil da sind wahrscheinlich die Infizierten drin. Das heißt, wir sollten da wahrscheinlich nicht hingehen. So, in... Ja, das ist eine gute Idee. War das die Tür oder war das die andere? Das ist auf jeden Fall eine schlechte Idee, was du gerade tust. Ob vielleicht sogar irgendwas Zombie-Virus-artiges sein könnte, das wäre... Das wäre weird. Wir müssen... Flashback. Komm nur. Komm schon, komm, komm. Komm schon. Komm schon mal. Well done. Well done love. Wir sind Gloria. Ich warte mal, orden Sie. Box AH! Okay, wollten sie dann vor ihm verstecken. Aber warum wollt ihr uns umlegen? Hat er vielleicht gedacht wir werden auch infiziert? Da ist ein Mini-Lag drin. Ich finde die Story super interessant, muss ich sagen. Wirklich Respekt. Die ist echt gut. Ich finde es immer geil, wenn es noch Horrorspiele gibt, wo man sich nicht sofort denken kann, was alles genau passiert ist. Nur im Notfall können wir hier rein. Gut, ja das ist jetzt wohl ein Notfall. Also rein da. Und wir haben endlich geschafft, die R-A14-Sensors haben. Sie zeigen, dass wir 700 bis 1,000 rads für jemanden exposed zu der Atmosphäre haben. Was... was das bedeutet? Well... Anything over 200 rads kann sein. No. Wie lange bevor es safe ist, ist es zu zurück? Best guess. 20-30 Jahre. Das ist... Sam? Können wir so lange dauern? Haben wir genug Essen? Ja, du... Ja, ein bisschen wird alles gut sein. Wir müssen ein bisschen rassieren, aber... ein bisschen wird alles gut sein. Mom? Es ist alles gut, Lieber. Alles wird gut sein. Wir können... Wir können wirklich rausgehen. Die Sache ist, es waren damals 20 bis 30 Jahre übrig, bis wir raus können. Das heißt, vielleicht können wir sogar jetzt wirklich schon einfach den Bunker verlassen. Exit. Der Ex... Ist also so einzige Chance einfach rauszukommen. Aber wenn... die... ich mein... Wenn die Strahlung hier so stark ist... Wird sie draußen wohl nicht besser sein. Irgendwie müssen wir hier raus können. Aber da drunter ist doch was, man. Seh ich doch. Hier. Hatsch. Sein Arm ist halt wirklich sehr am Arsch, ne? Wäre halt gut, wenn er nicht den Arm gebrochen hätte vor 10 Minuten. Dann wäre er jetzt ein bisschen... leichter beim rauskommen. Ich hätte weniger Probleme, Kumpel. Na komm! Schaffst du mal die... Komm her. Fuck, man. Tut's echt leid. Scheiße. Ach Gott, wie du... Ich hab schon blutet, man. Fuck! Vielleicht jetzt mit dem anderen Arm drücken sollen. Es hätte vielleicht ein bisschen besser geklappt, ja? Scheiße. Die Sache ist halt... Wie willst du draußen überleben? Scheiße. Wir haben uns aber auch anstellen... Wirklich Respekt an den Schauspieler. Der macht das richtig gut. Man leidet richtig mit ihm. Amazon. Ich würd's doch nicht einfach runter gefallen gerade. Vor allem mit einer Hand eine Leiter runterklettern ist glaube ich gar nicht so einfach. Bitte fall nicht runter. Ist schon genug Scheiß passiert. Bitte rutsch nicht ab oder sowas. Du dummer Spasti. Du dummer Spasti. Vielen Dank. Tu bitte nicht genau das, was ich gerade gesagt habe, was du nicht tun sollst. Das wäre sehr kacke gewesen. Vor allem geht's nicht nach unten. Wie sollen wir denn von unten dann irgendwo hin kommen? Das ist nicht halt der beste Ausgang. Okay, wir sind unten anscheinend. Großartig. Wo geht's jetzt hin? Den Geigerzähler haben wir nicht mehr dabei, oder? Ich glaube nicht. Wir wissen nicht, ob sie sicher ist. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Großartig Großartig Okay Wir wissen trotzdem noch nicht, ob es weltweit ist Ich glaube es nicht Sagt den ganzen Soldaten, wen sie töten sollen Okay Wo kann, hier da kann ich Weiter Es geht echt nicht auf Bitte verletz dich nicht Bitte reiß nicht noch irgendwie einen Finger ab Oder mach irgendwas anderes Unangenehmes Ich hab echt Angst, dass es dir noch mehr wehtus Okay, es geht Sehr gut Okay Ich hoffe sehr, dass wir jetzt irgendwie überleben Level 5 Sieht nicht gut aus Sieht wirklich nicht gut aus hier unten Sehr gut Okay Ist hier irgendwas zum einsammeln Da, was ist das Irgendwas hier drunter Das kriegst du nicht mit dem Finger Bitte machst du nicht mit dem Finger So klappt das nicht Du brauchst ja irgendein Werkzeug für Ich glaube, wir können hier drücken, wir können hier drücken Oh Gott, komm mal. Hilf mir, John. Okay, komm mal. Okay. Lied ist gekommen. Okay, wir brauchen nur das Werkzeug, dann können wir da theoretisch rein. War das hier? Ich kann ja nicht nachgucken, ich kann ja gar nichts machen. Oh, ich kann da hingehen. Das ist gut. Taschenlampe, und hier ist das Ding nicht mehr drin. Okay, das ist einfach nur ein Flashback gewesen. Wir haben zumindest eine Taschenlampe, das ist doch gut. Kann ich das Ding aufmachen? Anscheinend, ich kann ja absolut gar nichts mehr machen. Das scheint aber auch irgendwie mechanisch versiegelt zu sein. Also ich glaube, das kannst du vergessen, das kriegst du nicht auf. Kannst du komplett vergessen. Das wird nix. Das wird nix, Mann. Mit zwei Armen wird es vielleicht gehen. Kumpel. Und dann nicht, ne? Okay, das ist ja sogar abgeschlossen mit dem Schloss. Gut, wir haben eine Taschenlampe. Jetzt können wir... ... ... ... ... Das klappt doch niemals, oder? Nee, das klappt nicht. Never. Wenn das klappt, wäre das so süß. Komm. Alter, das ist schwer. Okay. Alter. Wenn jetzt, wenn es die Puppe von der Mutter kaputt geht, wäre das sad. Ist es nicht. Ist irgendwie nicht, dass... ...die Statue unserer Mutter uns geholfen hat, hier jetzt rauszukommen. Ist schon cute. Oh Gott. Ist dunkel. Was ist denn, wie glücklich die in der Taschenlampe rumliegt? Wie gehst du denn... Achso. Ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil die Cutscenes ja genauso aussehen, wie das Spielerische. Und deswegen weiß man nicht, ob jetzt was drücken soll, ob er automatisch runtergeht. Was im Arme, ey. Nein! Du Arschloch! Wundest du sie nicht mit? Oh Gott. Ist das ein ekelhafter Drecksgang, Mann. Ach du Scheiße. Das gefällt mir nicht. Warum sind die Dinger so mega schwer, Alter? Alter, was geht ab? Okay, Level 5 sollte irgendwas sein, was uns nicht gefällt. Das wurde am Anfang auf dem Computer mal erwähnt, dass irgendwas Schlechtes in Level 5 ist. Okay, was ist das hier? Das geht nicht auf, okay. Da hinten ist anscheinend ein Ausgang oder sowas. Nein! Looking for the key? Why would I give you a way out, Margaret? You and the little rat are not going to leave. You're not going anywhere. We're all gonna die down here. Tony, no! No! Au! Ich mach irgendwas! What the fuck, tu irgendwas! Was ist er? What the fuck, man! Wir sind ein krasser Motherfucker! Ach du Scheiße! Okay! Ich dachte irgendwie, wir klauen die Schlüsseln! Irgendwas so ne... Respekt, du bist krass! Was? Ich kippe! Ja, aber... Es war gut! Gut gemacht, John! Warte so! So! Die Frage ist, ist da vorne wirklich der Ausgang? Und wo sind seine Schlüssel hin? Ich geh mal stark davon aus, die Mutter hat die dann einfach irgendwo versteckt oder so die Schlüssel! Damit wir niemals auf die Idee kommen, die einfach abzuhauen! Oder liegen die immer noch hier? Oder liegen die immer noch hier? Ah ne, jetzt geht sie wieder anscheinend! Okay! Okay! Lass mal hier gucken! Da haben wir die Leiche reingeschleppt! Da würde ich gerne nicht nachgucken! Okay! What's the! Okay! ...we're still here at... ...was matters. As long as I'm here at... ...the better than... ...to us... ... Okay. Es ist okay, John. Es ist vorbei. Wir sind hier. Und das ist alles. Als ich hier bin, kann ich dir. Nichts kann uns jetzt weinen. Ja, Mutter. Ich liebe dich, John. Okay, es erklärt zumindest, was damals passiert ist. Ihr seid die Frage, was passiert jetzt mit uns? Ach, er hat die Schlüssel noch, natürlich. Okay, 7, 8, 8, 3. 8, 7, 7, 8, 3, 7, 7. Ne, okay, 3 wurde zweimal gedrückt. Wegen dem Blut. 7, 8, 3, 3. 3, 7, 8, 3. Das weiß ich ja. Vielleicht 3, 3, 7, 8. Okay, es muss irgendwas anderes sein. Es kann nicht einfach jede Kommission sein. 3 zumindest zweimal, weil da mehr Blutdorf ist. Schätze ich mal. Sonst kann es einfach alles sein, oder? Es kann auch 3, 8, 3, 7. Aber ich glaube, man hat, glaube ich, eine Cutscene gesehen. 7, 8, 3, 3. Hatte ich schon probiert? Ich glaube schon. 8, 7, 3, 3. Man, ich weiß. Ich würde gerne nochmal die Cutscene sehen, weil ich habe es, glaube ich, gesehen. Was ist der Code? Ich brauche den Code. Vielleicht kann ich den Code ausarbeiten. Ich weiß nicht, ob es zu sein ist. Es gibt Blut auf dem Kühlschrank. Was ist der Code? Vielleicht kann ich den Code ausarbeiten. Ich brauche den Code. Es gibt Blut auf dem Kühlschrank. Ich sanfte die Code aus auf. Das weiß ich nicht. In Krass boothgräft ist kein Plan. Woấy die Code? Es gibt Blood auf dem Kühlschrank. Ich liege eine CODE. Das weiß man! warte mal ist auf der 6 hier auch blut es sieht nicht wirklich so aus warte mal sieht die sechs auch weil ich dachte die drei vielleicht zweimal das blut auf dem keypad das blut auf dem keypad ich muss die code vielleicht kann ich die code ich weiß nicht die code das blut auf dem keypad was ist die code vielleicht kann ich die code ich muss die code ich muss die code ich muss die code da ist blut auf dem keypad ich weiß nicht die code ich weiß nicht die code vielleicht kann ich die code was die code was die code barr co bem da Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, alle waren da schon extrem krank. Warum wir? Sind wir möglicherweise irgendwie immun dagegen? Das ist seltsam. Ich meine, wir scheinen ja irgendwie... Oh Gott. Aber ich meine, der Scheiß schien ja keinen Effekt auf uns zu haben. Alle anderen waren extrem verletzten, wir nicht. Oder waren wir einfach schnell genug unten, wo es sicher war. Du? Du musst das eklig sein, Mann. Warum greifst du in die Leiche rein? Bist du komplett wahnsinnig, Mann? Jesus Christ, du Wahnsinniger. Warum... was ist das getan? Okay. Hätte ja hier Schlüssel dran sein können, ne? Okay. Ist irgendwas gleich noch? Ich kann irgendwo da links, okay. Aber das ist einfach alles matsch, ne? Okay, das... Das passiert also mit Leichen, wenn die 20 Jahre rumliegen. Das ist komische Bilder zwischendrin immer. Sehr seltsam. Okay. Thank you. Ja, für Schlüssel noch ab, bitte. Dankeschön. What the fuck, Mann? Ich hab' gebarst. Warum drehen wir so komplett durch? Was geht grad ab, Mann? Wieder ein bisschen verrührt. Ah, unser gebrochener Arm tut uns jetzt nicht mehr weh. Das ist eine super beschissene Idee. Du willst ja nicht immer runterrutschen. Vor allem fucking Kopf über. Bist du wahnsinnig? Das ist eine sehr schlechte Idee, Mann. Nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Du gehst lieber wieder zurück an den nicht vorhandenen Geistern vorbei. Das ist eine bessere Idee. Au, 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 au. Unsere Hand verbrannt. Super. Noch besser. Fuck, mein Elf, Mann. Was ist das? Was erklärt, warum wir den Weg kennen? Nein, nein. Mein Gottpip. Mein Gottpip. Mein Gottpip. Mein Gottpip. Warum gucken wir da drinnen nach? Warum? Warum? Was ist das? Oh, unsere Mutter hat alle Leute vergiftet. Das war die Krankheit. Oh, okay, okay, okay. Es gab nie ein Leck. Fuck. Okay, das ist cool. Fuck. Die Mutter wollte einfach nur, dass wir überleben und wir alle Rationen für uns haben und so lange hier drin überleben können, bis es draußen sicher ist. Es gab hier drin nie was gefährliches. Und der Alarm ist einfach nur ausgelöst worden, weil einfach irgendwas in der Luft war. Nicht unbedingt halt durch den nuklearen Schlag, sondern irgendwas anderes. Fuck, okay. Okay. Jetzt die Frage halt. Werf alle aus. Das ging schnell, nicht schlecht. Nee, das hier ist 30 Jahre später gewesen. Das heißt, wir müssten eigentlich so oder so aus draußen safe sein, ne? 20 bis 30 Jahre hieß es ja. Es war unsere einzige Chance. Was uns draußen mittlerweile schon wieder Leben gibt? Das war gruselig. Was war das? Was war das? Was war das? Wir sind aber psychisch komplett im Arsch. Ich war da, wie ich bin im Geister gesehen. Ich bin... Ich bin da... Ich bin da... Ich bin da... Wenn du keiner mehr draußen klarkommen willst. Ich bin... Zumindest wärst du draußen, ne? Oh Gott... Hi! Oh Gott... Vielleicht haben wir uns um die Schuld gegeben, deswegen sehen wir die Geister, weil wir uns halt mehr oder weniger die Schuld dafür geben, dass die tot sind. Kannst du bitte... Komm schon! Alter! So. Geht doch. Hab dich einfach mal im Griff, Kumpel. Hier ist nichts. Jetzt, lass uns gehen, der Puck ist größer, der Puck ist größer. Komm schon, weiter geht's! Oh Gott ey, der Puck ist größer! Na komm komm komm! Hä? Hab ich's grad verkackt? Was ist grad passiert? Really? Fuck you! So, jetzt drück aber so hart du kannst! Komm schon! Manni! Mein Gott! Das klappt! Dankeschön! Okay, das ist härter als ich da... Ich bin super schlechter drin, Sachen schnell zu drücken. Ich kann das irgendwie einfach gar nicht. Ich weiß nicht warum, ich kann das nicht. Die Finger sind zur Kacke dafür. Sache schnell drückwürdig voll hart. Das stimmt, wir haben noch nie in unserem Leben Sonnenlicht gesehen. Jetzt müssen wir uns doch eigentlich komplett kaputt ficken. Oh, Jesus Christ! Was ist das? Das ist jetzt auch gut! Oh shit, ja okay! Ich hab' alle Leute vergiftet. Ich hab' alle Leute vergiftet. 23 Jahre. Haben wir genug Essen? Wir müssen rassieren. Mama? Ich hab' das. Ich hab' ihn in. Good boy. Mama? Mama? Ich hab' die Tür auf, komm! Können wir uns vielleicht sogar entscheiden? Stay. Leave. Lass uns gehen. Wenn wir bleiben, sterben wir. Früher oder später. Draußen haben wir die Möglichkeit immerhin draußen zu sein. Wir waren noch nie in unserem Leben draußen. Atme. Frische Luft. Okay, man weiß nicht, was passiert. Man weiß nicht, ob es draußen gefährlich ist. Okay, das Ende ist krass. Kann man sich auch dafür entscheiden, dass man da bleibt? Ich will mal gucken, ob wir es auch machen können. Gucken wir jetzt nochmal. Vielleicht können wir jetzt nochmal neu machen und gucken, was passiert, wenn wir da bleiben. Okay, ich find' die Story unglaublich geil, muss ich sagen. Really? Von da an wieder? Willst du mich verarschen? Okay, bis gleich. Okay, das hat sehr lange gedauert nochmal hier hin zu kommen. Und wir bleiben diesmal mal hier und gucken, was dann passiert. Gut. Werden wir komplett wahnsinnig? Ich find' es sieht ja relativ gesund draußen aus. Die Frage ist jetzt, ob es draußen wirklich auch wieder sicher zu leben wäre. Ich hab' wir erfahren es einfach so oder so nicht, oder? Wow. Okay, aber anscheinend wäre es, ist die richtige Entscheidung rauszugehen. Und draußen irgendwie, ich weiß nicht, nach Überlebenden suchen, sondern vielleicht leben draußen schon Leute oder ob man... Ich hab' keine Ahnung. Da war einfach nur aufgefallen und zwar, ähm, haben wir ja vorhin mal gesehen, wie der, äh, wie hieß er? Ich hab' Namen vergessen, aber der, ähm, der Chef unten im Bunker hat ja mal auf Kameras gesehen, wie alle am Sterben waren, aber wir und unsere Mutter halt in einem anderen Gebiet da unten in dem abgeschlossenen Bereich halt, Sicherheit gesucht haben. Ich glaub' er hat sofort gerafft, dass wir dann, Schulz, uns alle sterben, wollte uns deswegen umbringen. Er wollte deswegen gesagt, wir sterben hier unten alle zusammen, deswegen wollte er uns halt auch töten, damit einfach alle verrecken und wir dann einfach gerechterweise auch sterben. Was natürlich wahrscheinlich auch fair gewesen wäre. Die Story war sehr, sehr, sehr cool. Die war sehr cool. Spielerisch war's jetzt ein bisschen meh, aber ich fand Jon als Charakter unglaublich sympathisch. Ich weiß nicht, ob man das Spiel vielleicht noch ein bisschen länger hätte machen können. I don't know. Aber so wie es jetzt war, fand ich es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich geb' dem Spiel so 8 von 10 Punkten. Was ihr im Spiel von Bewertung gibt, könnt ihr unten in dem Bewertungsding hier selbst auswählen ist in der Beschreibung verlängern. Da klickt ihr drauf und gebt eure eigene Bewertung. Und dann schreibt noch unten in die Kommentare rein, was ihr von diesem Spiel gehalten habt. Und lasst bitte einen Daumen nach oben da für den dieswöchigen Einteiler. Das war jetzt Versuch Nummer 2. Ich guck mal, ob ich mit den Aufnahmen von dem anderen Einteiler nicht machen wollte. Ob ich da vielleicht irgendwie noch was hinbekomme. Oder ob ich es wirklich einfach komplett im Arsch ist. Wenn ich das Spiel dann vielleicht nochmal neue Spiele oder so. I don't know. Auf jeden Fall, das hier war The Bunker. Wollte ich schon lange mal spielen. Ich find's sehr geil. Und dann würde ich sagen, sieh uns auch beim nächsten Video, Leute. Euer Croptit. Bis dahin. Bye-bye. Bye.